So, und damit grüße ich dich, sag hallo, herzlich willkommen, sind wir wieder zurück zu Assassin's Creed Origins und wir können wieder ein bisschen was basteln, beziehungsweise was herstellen, und zwar der Brustschutz, wird ein bisschen erhöht, wenn wir das ein oder andere herstellen, machen wir auch, jetzt haben wir 1005 an Gesundheit, ja, kann man machen, kann man machen, ich freue mich, so, was fehlt denn hier alles, okay, da fehlt Baumstämme, so karawanemäßig, brauchen wir halt noch, ne, was ist das für ein Ding, erhöht, den Fernkampfschaden ist natürlich nicht verkehrt, was sind das für Dinge, ich gucke da mal ins Inventar rein, was das sein soll, was ist das, Brose, sodann transportiert diesmal ein Karawan durch das Hand, das ist wahrscheinlich zu schwer für ihre zarten Hände, jo, so ist es, ähm, ja, dann, Dreierpfeile, wir haben verschiedene Pfeilarten, das ist bei dir kaputt, so, ähm, aber wir haben noch einen weiteren Fähigkeitenpunkt, sehe ich hier, sogar zwei, ja, leck mich doch fett, so, was machen wir denn, Brandbomben, Schlafpfeile, Ah, Schlafpfeile, warte mal, hilft diese Bombe, deine Gegend in Brand zu stecken, wenn sie ausgerutscht ist, kannst du sie mit Schießmichtod auswählen, aber die haben wir ja noch gar nicht, ne, da müssen wir, glaube ich, erwecken, mit der Quelle, du kannst Herstellungsmaterialien, Geschäften kaufen, Schmiede und verkaufen Unterschiede, Materialien, Ah, okay, das ist sicherlich nicht verkehrt, Hilfsmittel-Kill-EP, für einen Erlernen, Attentatsbeute, du blitterst automatisch Gegner, die du mit einem Attentat ausrüstest, ja, müssen wir auch nicht unbedingt, so, verbesserter Kriegsbogen, Streuzone zu verkleinern, nice, das ist nicht verkehrt, was haben wir aber hier, Pfeilsammler, Ah, okay, okay, das ist auch nicht so schlecht, Adlerangriff, alter Adlerangriff machen wir, Adlerangriff ist sicherlich sehr, sehr cool, so, passt doch, so, sieben Wahrnehmung, haben wir sieben von 58 synchronisiert, hier schaut es auch recht gut aus, ja, und hätten wir gesagt, looten wir mal hier, denn wir sind ja hier, da war es nicht meine Schuld, sind wir ja hier gestorben gestern, oder vorgestern, ich gucke aber mal, ob wir hier was looten können, hier ist nichts, hier ist eigentlich, nein, ich wollte eigentlich, dass mein Pferd rücken, hier gibt es eigentlich gar nichts zu looten, wenn ich das so sehe, wo war denn dieses große Schiff, das war doch hier, das Pferd jetzt da hinten, nee, legen wir am Arsch, was ist das, was ist das, hey du Gaul, so, ähm, weißt du was wir machen, weißt du was wir machen, hat er gemeint, nächste Fragezeuge, kennst dich aus, wir müssten aber auch mal, doch tatsächlich, wir müssten aber auch tatsächlich mal wirklich, ich gebe dir gleich ein Duda, ich steige gleich ab vom Ding, oh, da liegen sie rechts an den Backen, nein, so, so, was ist das hier für eine Weinschenke, hier, it's unsex on the beach, hier liegen Tode, das respektieren wir natürlich, wir könnten ja mal, ach ne, hier wollten wir hin, wir können ja mal, hui, die raufen voll miteinander, alter, alter, der war alles weiches Leder, aber ne, soll ich mir das nochmal vom Weiden angucken, erstmal abwarten, ob die sich gegenseitig killen, sind hier hinten gegen Löwen, normalerweise müssten wir das doch, von der Kraft her, der Löwe schaffen, aber Hyäne sind halt recht flink, ne, ich lass die da mal in Ruhe kämpfen, keine Ahnung, vielleicht stirbt dann der ein oder andere, dann können wir es muten, so, neuer Ort entdeckt, ah, neue Höhle, kennst dich aus, mit dieser Höhle war man, war man hier schon mal, submissionsziel, den Schatz plündern, und mehr ist es nicht, und mehr ist es nicht, hier haben wir noch ein paar Rollen, eine Opferangabe an Sachmed, Sachmed, wache über mich, heute beginne ich die Reise, die ich mir lange erträumt habe, um unter dem prachtvollsten aller Tiere zu leben, ich schließe mich einem Rudellöwen auf dem westlichen Hügel an, möge meine neu entdeckte Familie stets beschützt sein, wie ich die hier kenne, die NPCs, äh, NPCs, hat er es auch nicht lange überlebt, ne, so, hier plündern wir nochmal, das haben wir gerade geplündert, hier haben wir noch was hübsches drinnen, Jo, schwere Klingenwaffe, nice, so, Ort entdeckt, aber hier kannst du es jetzt mal im Ernst, ne, hier kannst du doch richtig gut überleben, oder, wenn du hier irgendwo was noch was da vorne baust, so, wie schaut es jetzt bei diesen Streithanzerle aus, gar nicht gut, wir gucken aber jetzt mal wirklich jetzt auf die Quests, Freunde der Sonne, was haben wir denn, das Totenbuch, was haben wir denn an, Nebenquests, hier überhaupt nochmal, Ereignisse, das kannst du vergessen, Nebenquests, haben wir hier das Totenbuch, Stufe 8, einem alten Mann wurde es ein kostbares Totenbuch gestohlen, Bayek beschließt, die Diebe zu finden, um ihm das Buch zurückzubringen, ein alter Mann sitzt mitten auf dem Markt von Jammu, und betrauert sein verlorenes Totenbuch, er erklärt Bayek, dass Bandinen es aus den Händen gerissen haben, als er von einer Reise nach Memphis zurückkehrte, er bittet Bayek um Hilfe, das verlorene Buch zu finden, und schickt ihn zur Nekropole, wo die Banditen zuletzt gesehen wurden, nice, jo, das ist, ah, wo kam ich denn hier, ah, jetzt hat er, jetzt hat er gemeint, so, die Jungs bekriegen sich immer noch, ja, das sollen sie mal machen hier, das sollen sie doch mal Gipflicht machen, ich schnapp mir meinen Gaul, und reißen mal hier weiter, so, was haben wir denn hier Feines, hier waren wir schon mal, ne, kann das sein, wow, wir waren hier tatsächlich noch nicht, was ist das für ein Ort, Gibt's hier irgendwie Spuren, ne, gibt's hier nicht, okay, wir reiten und reißen weiter, ach, das sieht schon richtig, cool aus, mit diesem Fluss, beziehungsweise mit diesem See, Fluss ist ja nicht, mit diesem See, die Palmen und hinten diese, ja, herrschenden Pyramiden, es ist schon, ist auch ein Grund, ich habe ja Assassin's Creed nie so cool gefunden, und ich hatte ja auch nur Black Flag bisher gespielt, aber auch nicht ganz so, weil es mir dann doch irgendwie langweilig war, irgendwie, keine Ahnung, wie ist es dann ziemlich schnell früh langweilig geworden, irgendwie, keine Ahnung warum, ja, und dann kam halt Witcher 3, ne, und seitdem bin ich voll auf dem RPG Open World Trip, aber die Location hier, finde ich natürlich richtig, richtig geil, alles im Buchen, ist schon cool, lieber so in der Vergangenheit ein bisschen, als dann irgendwie so spaciges Zukunftsding, da, ne, von daher auch darum Grund, das Spiel zu kaufen. So, sind wir ja gleich da, 500 Meter noch, gute 500 Meter. Alter, was ist das? Was ist das für eine Karawane? Ich brauche so Holzkarawane, hat er gemeint. Aber das sind nur anscheinend, wie es aussieht, normale Bürger nur. Was pflanzen die hier mitten in der Wüste an? Was ist das? So, die Nekropole ist südlich von Jamu, na, gratuliere, so Missionsziel ist hier in der Nähe. Hier waren wir doch ganz zu Beginn, ne? Freunde der Sonne, hier waren wir doch ganz zu Beginn. Die Bude haben wir doch schon ganz zu Beginn gehabt. die Wachen hier sind sehr aufmerksam. So, ne, 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 komm nachher. Was denn? Ist doch nichts, mein Freund. was? Na, Kumpel. Ich frage mich, wie so ein gegrillter Adler schmeckt. Sakufrex für dich, Alter. So langsam. So ist der andere von dir. Der Kind frischt auf und nimmt den Sand mit. Macht ja nichts. Was flackert hier so? Wow, 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 meine Liebe. Ach du, leg mich doch fett. So, wir hatten das ja hier schon damals Glute gehabt, ne? Wir interagieren. Da ist ja das Totenbuch. Becker wird sich freuen. Wieder sich freut, sehr schön. Halt! Yo, Alter, das sieht schon geil aus, ne? Kann ich das Ding wegtun? Wie kann ich hier die Ding wegmachen? So, wie kann ich hier Filter wechseln? Das ist doch cool, oder? Nein! Ach, scheiß drauf. Was ist jetzt gewesen? Ich frage mich, ja. Da kommt ein Santsch, jetzt gib dem alten Mann sein Buch zurück. Jo, hier gibt es aber einen Santsch, du. Deswegen rufe ich mal schnell meinen Gaul. Ah, ja, ja, jetzt dürfen wir uns schicken. Ich bin morgen. Was? Gehe Arschkäigen! Bist du doof? lasst mich nur also ich hab dir nichts getan ich hab dir echt nichts getan könnten vielleicht ein cooleres pferd kaufen die fragen mal an so ein wanderer können wir verkaufen blu-glanz könnten verkaufen wir schauen ob es hier ein cooler gaul gibt donner ist nicht schlecht wenn donner galoppiert kriegen die menschen auch alleine klingt wie eine ganze herde sollen wir mal kaufen kam es hin sein letzter besitzer hat den lebhaften sinn für humor und ist schein der hat auf das kamel abgefärbt das kann erstaunlich weit spucken der knochen knackern er liebt das knochen zu zermahlen wenn du viel jagst solltest du besser vorsichtig mit ihm sein und k dieser hengst aus dem alten königreich nubien hat ein ruhiges temperament was ihn zu einem treuen begleiten gefährlichen situationen macht und wir kaufen mal den kollegen weil wir es können den auch noch immer wieder ein vergnügen eben weil wir es können also so waffen herzustellen oder zu modifizieren ich weiß nicht ob das einen großartigen Sinn ergibt ne da wir ja sowieso immer wieder neue stufe erreichen und auch neue waffen in das sind dinge seltener kriegsbogen wir können aber theoretisch was verkaufen aber ich glaube ich wäre ich glaube ich werde doch mal so schildern was haben wir denn an schildern schmerholzschild alter wir können doch so stufe 6 oder so alter können wir doch voll zerlegen ne ja zweimal brose ja zweimal brose nochmal und hier auch nochmal zweimal brose es ist doch wunderherrlich ist das es ist doch wunderherrlich so nahkampfwaffe und was haben wir denn hier neues bekommen jetzt ja axt mit bogenförmigem kopf ok ja der hammer ist nicht verkehrt ne so zepter kannst du zum beispiel sowas gepflegt verkaufen wir zerlegen ihn aber mal gegen brose eisensperr das ist so kritischer treffer können wir getrost auch den verkaufen so klingen können wir den eigentlich auch zerlegen ne eisen und brose sehr schön so die keule japan die schildschwein ja wo geht das mit nicht damit zedern holz halleluja zwillings klinge das ist aber doch besser ich würde mal gern wieder mir die scheldschwerter da könnte man eigentlich theoretisch mal wieder ausrüsten jetzt legen wir so einen zweimal bronze und dann hätte ich gesagt ja natürlich die reittiere kam sind und donner rüsten wir mal wieder ein kamel aus eben weil wir es können so inventar haben natürlich hier quest gegenstände das totenbuch das ist beckers totenbuch wird ihn sicher durch die quest durch die du hat geleitet und in die gefilten der bürzen mit seiner verstorbenen ehefrau wieder vereinen sowas was wir rüsten mal auf und zwar unsere sichel bluten bei treffer sehr schön den könnten auf 31 noch mal die klinge könnte man auch noch mal aufrüsten das zepter leider nicht mehr ach diese bürger haben ja auch noch 20 milliarden so jagdbogen langbogen bogen bogen der bürger kraft kombo möglich hatte kriegsbögen der ist sogar besser ne kostet nur 720 raubtierbögen ok 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 ja machts gut so wir gehen noch mal zu ihr rüber ich hoffe es meine liebe so red zeigt rot zeigt von macht und leidenschaft ein guter anführer verbraucht beides blau ist die farbe des himmels und wird daher von adligen bevor so ja weiß nicht keine ahnung ja machs gut so jetzt gehen wir schnell da rübergespinnt werden ihm noch das totenbuch geben wo ist der ich will mal über den normalen weg hier rein weiß wie ich meine hier großartig der himmel auch schon zwölf wo ist er da reingegangen so dann gehen wir mal hier nach oben hallo mein freund oder meine freundin hat dein vater uns verlassen sein leben ist vorüber er war zu schwach um auf deine rückkehr zu warten dann möge er in frieden ruhen er hatte große angst dass sein kard den meiner mutter nicht finden wird wo ist seine leiche es ist noch nicht zu spät du bist wirklich ein geschenk der götter er empfängt gerade die riten im kleinen tempel so das totenbuch bringt dem alten mann das buch wo ist denn der 208 meter kommt das machen wir noch die güte meines vaters wird mir fehlen so hui ja freunde dann machen wir das hier noch in der folge dass wir das hier auch noch komplett haben liegen ja noch gut in der zeit wo ist der ist der da drin ach da flackte oh man alter mann dein buch möge es dich zu deiner frau führen so quest abgeschlossen das totenbuch in diesem sinne liebe freunde vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal bei assassin's creed origins in diesem sinne der hat jetzt schon gespeichert in diesem sinne bye bye und servus ich weiß nicht ob wir da in der nächsten folge weitermachen das steht in den stirn aber ich hoffe es doch in diesem sinne ruhe und frieden alter mann und für euch noch einen schönen tag macht's gut servus der 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 Ja, haaa!